Im schönen Gleiszellen in der idyllischen Winzergasse ganz oben finden Sie den historischen Winzerhof zum Lamm mit Hotel und Restaurant. Direkt gegenüber ist das Haus Weinselig und hier ist der Name Programm. Buchen Sie Erholung pur im Hause Weinselig. Das 1706 erbaute Fachwerkhaus wurde völlig neu restauriert und was daraus entstand, ist einzigartig. Stilstand ist Rückschritt. Ursprung trifft Komfort. Wein und Gastlichkeit ist unser Leben. Mit dieser Devise hat Sven-Erik Ball den ursprünglichen Stil des Hauses erhalten, dabei höchsten Komfort und Moderne gekonnt integriert. Was einen hier erwartet, ist perfekte Gastlichkeit und ein besonderer Ort des Wohlfühlens. Neun wunderschöne sowie großzügige Zimmer, davon drei Zimmer mit eigener Sauna, laden zum Entspannen und Genießen ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Haus Weinselig Haus Weinselig, ein Ort für die Seele mit urtypisch und entschleunigtem Ambiente. Freuen Sie sich auf Ihr individuelles Zimmer, genießen Sie die Ruhe der Winzergasse, in der der Wein und die Pfälzer Lebensart allgegenwärtig sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017